Wir sind Schauspieler, Filmemacher, Musiker, Moderatoren, Sportler, Comedians, Köche. Aber wir sind vor allem eins. Menschen. Menschen, die fühlen, sehen, hören und sprechen. Gemeinsam erheben wir unsere Stimme für Toleranz und Respekt. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für die Menschenrechte. Denn alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Personen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und jeder hat das Recht auf Asyl und auf Meinungsfreiheit. Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und auf Bildung. Jeder. Jeder. Jeder hat ein Recht auf Menschenrecht. Setz auch du ein Zeichen für die Menschenrechte. Recht auf Menschenrecht.de